Ehm, irgendwie bin ich die Einzige mit so einer Oxygen-Mask. Nö, ich hab auch eh noch auf, wenn ich ne Fünf-Perspektive gucke, aber du hast bei mir, ihr Bild habt bei mir keine auf. Ja, ja, gut, dann wird das nur bei einem selber angezeigt. Ja. Gibt's bestimmt auch irgendeine Einstellung dafür. Wieso ist bei denen schon der nächste Baum gewachsen? Nein, wir hatten halt Lack. Oder die haben's schlau angestellt. Zwei Stämme abgebaut, ne Workbench gemacht und kleine Croc. Dass die auch Würmer rauskriegen, beziehungsweise Bohnen, nee, jetzt geht's los hier. Für die nächste Quest müsste ich einmal kurz unseren Stern raustun. Äh, wir haben doch hier noch einen Stern in der Kiste. Nein, ich brauch ja den Star Container. Äh... Für die Quest. Der nimmt den ja nicht. Dann brauchen wir ja alle die Quest, denke ich mal. Ja, das ist ja dann, äh, Power-Up. Power-Up. Ja, dann mach das mal, dann haben wir Bohnen mir. Ja, dann haben die so wahrscheinlich dann den. Ja, dann machst du's erst, dann haust du's mir zu, dann macht's der Cassie noch. Star Container, dann mach ich das mit dem Bohnen. Irgendwie kann ich die Quest, die ich jetzt gerade hinbekommen hab, nicht, äh, claimen. Was hast du für ihn anbekommen? Ja, ich mein, die Heavy Oxen-Tank vollfüllen. Äh, ich kann... Äh, so, ich kann das Bohnen-Meal nicht auswählen. Ich kann nur den Dirt auswählen und den Crook. Ah, nee, ich kann nur, äh, beides krieg ich und entweder krieg ich die Bohnen-Crook und den Dirt. Dann nimm den Dirt. Okay. Angry Roar. Dann mal hier. Cassie, kommst du da? So, du bist schon da. Das da. Gehst du jetzt quasi auf das Buch, dann auf Power-Up und dann auch den Dirt nehmen wahrscheinlich. So, dann... Wir haben nämlich zwei Sub-Bringst jetzt, dann können wir gleich die nächste hier machen. Jetzt auf der technischen Task oder auf Claim? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh... Äh... Geht's denn? Dann den Dirt auswählen und dann auf Claim. Ah, okay. Und dann, wenn du's hast, den Container wieder hier rein. Also den mit dem Container da einfach rechts drauf machen, ja. Mit dem Container. Welchen Container? Ist das das oder das? Das, was wir dir grad vorzugeworfen hatten. Ah, ach so. Und damit dann rechts liegt da rauf. Container in ihr. Nehmen. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und dann da draufklicken. Gut, jetzt kriegen wir wieder Strom. Und dann, wenn du das Zeug mal in die Kiste gehst, dann packst du das Zeug mal in die Kiste. Hm. So. So. Und jetzt haben wir auch mehr als genug Zepplings. Für die nächste braucht man... Äh... Hast du eine Holzakt? Art? Ich hab... Ne, du machst das mit der... Mit der Hand. Ich mach deine Axt. Ich brauch die dann auch. Ne, wir brauchen das ja für eine Quest dann auch noch. Jaaa... Dann craften wir nur einen, dann haben wir nämlich gleich eine Spitzhack. Ich brauche auch noch eine Spitzhack hier, damit ich das ja auch gut machen kann. Jo, die haben einen Lack da drüben, die haben erstmal einen XXL-Bogen. Pfff. Ja. Hier ist es eh. Äh, warte, äh, noch nichts draufsetzen. Ich hab eh keinen Suppling. Ach, die hab ich. Bye-bye. Äh, ne Holzaxt. Ich hab, äh, ne Holzaxt und zwei Holzblöcke. Oder die Stämme. Welche Quest war das? Hier. Die nach Power-Up. Ja, äh, bei den Reward-Backs müsst ihr gucken, welchen ihr nehmt. Könnt ihr euch frei entscheiden, weil da ist dann immer entweder was Gutes oder was Schlechtes drin. Okay. Ich hab ein Spawn-Enderman-Eye. Okay. Soll ich dann die Wutten-Pick-Ax nehmen? Äh, ne, wir brauchen ja für die Quest, äh, eine Axt und zwei Wood. Die machen wir jetzt erst mal. Okay. Ich die? Oh shit, warte mal. Äh, ich muss nochmal schnell dein Holz abernten. Ich hab, ich hab jetzt alles Holz verkraftet. Wow. Äh, wieso braucht die Stein-Axt so verdammt lange zum Abbauen? Ein sieben. Äh, okay. Hm? Die hat alles auf immer abgebaut. Okay. Äh, Cassie, wie viel Holz hast du eingesammelt? Eins oder zwei? Eins. Na, behält es doch, das brauchst du doch. Jetzt hab ich dir alles zugeworfen. Soll ich die zwei, die noch fehlen, mal antrecken? Hinter dir. Äh, ja, kannst du mal machen. Und ich werf dir hier das Holzstück zu, was du brauchst. Ich brauch zwei. Dann braucht Cassie auch zwei. Ich hab schon zwei. Okay. Und die Axt. Holz-Axt. Ja. Äh, so, 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 so. Ähm, hier. Also kann ich die anderen, äh, zwei Questbücher einfach wegwerfen? Ja. Ja. Selbst wenn du stirbst und das Questbuch verlierst. Ich, weil es gibt in jedem Questbuch, äh, eine Quest, wo du fünf weitere Questbücher bekommst. Ach so. Spam-Channel, oder? Äh. Äh. Brrrr. Ja. Ja. Ne, mach's, äh, hier in die Info. Hm. Ich hab Limestone, äh, Limestone bekommen. Aus diesem Pack. Ich mach grad die nächste Quest. Äh, ja, steigen erst mal in die Kiste. Weil wir brauchen jetzt 20 Mohnen, Tor, Tür, keine Ahnung, wie da müsste es. Und, das war Mond, Dirt, läuft. Ach das hier oben ist das Scheiße, jetzt komm ich nicht mehr raus. Was, was machen? Ich. Hier müssen wir sowieso ausbauen. 22 Stück, wir können da die nächste Quest abgeben Ich habe 128 Limestone bekommen Für die nächste Quest Ich auch Ich schalte mich mal kurz stumm Okay, zieh einmal hier Zombie Spawn Eye, läuft Ich glaube wir brauchen Zombie Spawn Eye Wir brauchen noch ein paar Kisten Ich kriege genau vier Stück Da, da, da Und dann kommt die Tanks hier raus Dann mache ich unten noch eine Einzelkiste mit den Tanks So Weil ich müsste dann mal so langsam die leeren Tanks abgeben Ich bräuchte einen vollen, äh, zwei volle Tanks Die habe ich hier Äh, nee, also ich brauche, hab dort nen Reward, wo ich zwei leere abgeben muss Ähm, nee, ich muss, äh, Heavy Oxygen Tanks Ja, und da steht, da steht 0%, die müssen leer sein Die müssen voll sein, bei mir müssen sie voll sein Bei mir steht, steht bei dir auch 0% Voll, nee, 100%, ich kann mich jetzt, äh, zwischen Melonen, Speck und nach Ja, kann ich, das kann ich auch machen, aber bei mir steht halt 0% bei den Heavy Oxygen Tanks Welches soll ich da auswählen? Ähm, ja, entscheid du Ich würde die Melonen nehmen, weil dann haben wir auch erstmal was zu essen Die Frage ist, ob man die hier anpflanzen kann Hm Ähm, na gut, ich brauche jetzt schon Wasser Ja, das brauchen wir auf jeden Fall Habt ihr schon einen Barrel? Nee, wir brauchen Soll ich einen craften? Äh, bringt, äh, nee, ja, kannst du machen Wir brauchen aber unbedingt Ähm, Silk, Silk Wenn du den gekauftet hast, krieg ich den dann kurz Ja, äh, was brauchen wir mehr? Brauchen wir Saplings oder Erde? Äh, nee, aus Saplings hab ich, äh, Stück Erde hab ich 36, also Erde Also, bin wieder da Und aus Erde, ähm, äh, aus Saplings machen wir ja wiederum Erde Okay Na gut, dann Ich hab jetzt Erde Es ist entweder 5 Erde oder 25 Saplings Ja Doch, das entscheidet ihr Ach, ich weiß, warum es liegt uns Öffnen wir jetzt nochmal das Barrel zu? Ach, ich muss einen Barrel craften Ist ja dann 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Strings Hm, Strings haben wir noch nicht, ich hab noch keinen einzigen Wurm rausbekommen Oh Ich kann hier einen Silkworm ab, äh, holen Ja, das ist gut, dann setz dich gleich noch eben Erde hin, wo wir das infizieren können Kann ich bitte wieder raus? Da komm So Genfood oder Rewardback? Äh, nimm mal Essen jetzt, sag Oh Oh, ich kann Ich krieg's Ey, die können doch eine Party machen, also wenn ihr das so Ja, das wäre, glaub ich sinnvoller, weil es sind Dinge bei, die man gucken muss So braucht man dann nur, ähm, die Quests einlösen, wenn einer die abgibt Ja, äh, wie soll ich die Party denn nennen? Das ist mir egal Gassi Mir egal Sag nur Namen Mir egal, keine Ahnung Ähm Mondjunkies Den hier war leer, der Tank Soll ich einen Silkworm nehmen oder zehn Strings? Silkworm So Ähm Hä, ich hatte doch einen leeren Tank Wo ist denn der hin? Den hat jetzt aber kein Erfolg gemacht, oder? Ähm Kein Problem, nicht, dass ich wüsste Scheiße Ich hatte einen leeren Tank im Inventor, der ist weg 80 11 Ein White Player, jetzt hast du eine Party-Anfrage gekriegt, Gassi Hä? Was? Du hast eine, äh, Party-Anfrage gekriegt, dass du da drin Also ich weiß aber leider nicht wie jemand da Äh Wo kann ich die denn aufrufen? Wahrscheinlich, äh, ich weiß, äh, du gehst auf das Buch Party-Window und dann hast du wahrscheinlich eingeladen Bei dem schwarzen Buch Wo komm ich denn auf Party-Indo? Bei dem schwarzen Buch Und, äh, rechts klick hier du Open Party-Window Ja Und dann hast du da wahrscheinlich irgendwo So Oder Party-List Mhm Die haben sich die Heilige Obstschale genannt Ach ja, passt mal auf, hier flingende Items um Ja Uah Einfach alles mal eingesammelt Okay Ist ne Quest Okay Dann sollten wir die eigentlich jetzt alle haben Äh, du bist doch nicht eingeladen, Mike Fies Äh, du bist doch nicht beigetreten, sag was so Äh, hier Äh, wo, was, wo jetzt da? Äh, klick hier du Open Party-Window rechts Dann hast du Ja Warum hab ich Mond mit zwei O geschrieben? Moon Keine Ahnung Moon D-Junkies Scheiße Egal Ich kann's das, glaub ich, je nicht mehr ändern Nö, aber ist ja nicht so schlimm Äh, gut Ist ja nur für uns Ja Okay, dann geben wir das nochmal ab Jetzt haben wir nochmal Äh, zwei Kisten darin Läuft Äh, ich Ja Ihr habt jetzt wahrscheinlich Äh, seit wir jetzt wahrscheinlich alle gleich war Jep Also das nächste, was wir machen müssen Ist dann Lack Jajaja Äh, wir machen das schon Okay Ich hau hier auch mal die Crux rein Ich lass draußen die Bäume wachsen Falls jemand möchte Den Hast du dein Quest Äh, dein, dein Oh, 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 oh Vorsicht Nacht Vorsicht ist es Nacht Hast du das weggeworfen? Ich weiß Oh, ja Wegwerfen? Ne, ob du das weggeworfen hast Weil ich zwei hab Nö, ich hab meins Also das ist grüne Okay Ja gut, legen wir es einfach mal bei dir Äh, Mädels, Mädels, kommt nicht raus Kann ich fahr? Hier sind Creeper, Zombies, Skelette, alles Alles Und ich stecke im Baum Läuft So, zwei Meisters und ein Sieb Der erste Tank ist bei mir gleich leer, damit ich ihn abgeben kann Jetzt muss ich gucken, was baue ich jetzt für Tanks Ja, auf immer die vollen Äh, von mir waren es auch die vollen Hm Ich hab jetzt alle Tanks im Inventar, ich mach die jetzt voll Okay Ich leg da doch einen meinen leeren rein Denn meine sind so gut wie leer, die ich hier hab Auch, auch wieder Ah, einen vollen hab ich jetzt, den könnte ich abdrücken Wer hat jetzt nur einen Tank im Inventar? Ich Und wie viel hast du? Cassie? Zwei Zwei, dann kriegst du da erstmal, Schatze Ich hab ihn dir hinter dich geworfen Hinter dir Danke Ach, dieser Stern Ey, ich brauche was, um den Stern einzubauen Das ist mir zu doof, dass der hinter dir steht Äh Ach guck, mir wurde gerade angezeigt, dass Cassie auf mir hockt, aber Okay Okay Okay, das Einbauen bringt nix Pfff Zieh Oh Hm Eins, zwei, drei, vier, fünf Leere Tanks im Inventar Äh, mir wird angezeigt, dass ich im F5 aufm... Äh, wurde mir... Äh, wenn ich von unten gucke, im F5 sitze ich auf meiner Maske Läuft Ähm, ja und... ja gut, äh, leicht verpackt Okay, das ist... Habe ich gerade bei mir auch Baby Hä, ich habe irgendwas neben mir sch... Was ist das? Ja, das ist das, was ich meine So... Hilfe Das ist, wenn du in eine erste... Das sind irgendwelche komischen... Äh... Was ist das? Ich habe keine Ahnung Und warum hatte ich gerade... warum habe ich einen Bogen in der Hand? Ja, das habe ich auch Äh, das ist da links... neben... Hier, das ist irgendwie... Verpackt von den Monstern Okay Wenn ich rückwärts gehe, habe ich Cassie auf mir sitzen Okay... Ich sehe nichts, weil Cassie auf mir hakelt... Äh, wenn ich rückwärts... Äh, ich schlug auf dem Kopf Die ganze Anrege ist... Ja... Das ist aber alles verpackt, ey Ja... Das ist komisch Ich rutsch schon wieder zum Stern, das ist nicht schön Mh... Ach, ich kann die Cliverscore nicht mehr claimen Weil wir die schon gemacht haben, oder? Ja, aber ich hatte die Just Break nicht geclaimt Genauso die Jaws in The Ready Ah Konnt ich auch nicht claimen Nee, das haben... Cassie und ich gemacht Scheiße Ey, ja, ist die so schlimm